Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und gerade erst die Gewinner der letzten Verlosung zu Blue Valentine benachrichtigt per persönlicher Nachricht jetzt nun schon die nächste und zwar ist es diesmal Mr. Poppers Pinguine. Die Kritik haben wir ja schon vor ein, zwei Wochen gemacht, könnt ihr euch gerne hier klicken und den Trailer natürlich auf dem Plakat und gerade zur Winter-Weihnachtszeit vielleicht nochmal genau das Richtige, denn der Film dreht sich ja rund um Pinguine und ist eine interessante Buchverfilmung, wenn auch vielleicht nicht so gelungen, aber vielleicht hat ja der ein oder andere umsonst natürlich dann Lust hier was zu gewinnen und diesmal gibt es nämlich, der Film ist zwar schon seit dem 9. Dezember raus, aber trotzdem hat mich jetzt erst das Verlosungsmaterial erreicht, Blu-Ray und DVD zu verlosen, beziehungsweise auf der Blu-Ray ist sogar Blu-Ray, DVD und Digital Copy, beide auch mit Digital Copy, das heißt ihr könnt das Ding dann auch noch auf iPad, iPhone, Android, was auch immer gucken, euch dann umsonst quasi runterziehen und was müsst ihr machen, wir werden es nicht pünktlich mehr zu Heiligabend natürlich schaffen, deswegen ganz entspannt, Zeit bis zum 26. Dezember wieder den ganzen Tag, also bis 23.59 Uhr einfach einen Kommentar unter diesem Video posten, natürlich wie immer noch nicht zu viele, weil bei einer random, also Zufallsverlosung, ihr sonst eure Chance auf illegale Art und Weise erhöht und das sind im Grunde nur die Spielregeln, wie gesagt bis 26. Dezember 23.59 Uhr, ganz ganz viel Spaß bei den Kommentaren schreiben, freut mich natürlich, wenn ihr wie immer abonniert, denn wie immer ist für Abonnenten in erster Linie dieses Gewinnspiel gedacht, denn nur durch euch ist das Ganze hier möglich und tja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen, Kritik natürlich, folgt gleich noch zum nächsten Weihnachtsfilm und die nächste Verlosung wird übrigens super 8 sein, da könnt ihr euch auch schon drüber freuen und dann sehen wir uns gleich wieder, danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Kommentieren und bis gleich und tschüss.